Der Landkreis Reutlingen. Mehr als 280.000 Einwohner leben hier in 26 Städten und Gemeinden vor und auf der Schwäbischen Alb. Mit ihren drei Häusern in Reutlingen, Bad Urach und Münzingen sind die Kreisklinik in Reutlingen der größte kommunale Arbeitgeber der Region. Die Ärmstal-Klinik in Bad Urach deckt als Krankenhaus der Grundversorgung ein breites medizinisches Leistungsspektrum ab. Arbeiten Hand in Hand. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit spielt in allen Abteilungen eine wichtige Rolle. Für eine optimale Behandlung und Pflege der Patienten. Unsere Spezialisten haben dabei direkte Zugriffsmöglichkeiten auf medizinische High-End-Ausstattung, die eine rasche, ganzheitliche Abklärung gesundheitlicher Probleme ermöglicht. Teamwork spielt eine wichtige Rolle. Denn nur wer sich gut versteht, kann auch gut zusammenarbeiten. Schonend und dennoch hocheffizient. Modernste Operationsverfahren sorgen für größtmögliche Schonung und Sicherheit der Patienten. Kompetent, patientenorientiert, interdisziplinär. Individuelle Therapiekonzepte garantieren eine effiziente und erfolgreiche Rehabilitation. In der neurologischen Frührehabilitation bedarf es einer sorgfältigen Abklärung und individuellen Behandlung. Mit Ausdauer und Präzision arbeiten viele Berufsgruppen und Fachdisziplinen zusammen. Für die optimale Behandlung und Therapie der Patienten. Alterstypische Erkrankungen und Gesundheitsstörungen bedürfen individueller Behandlungskonzepte. Gebündelte Kompetenzen für eine optimale Versorgung. Menschlichkeit und Zuwendung. Bei allen Mitarbeitern vor und hinter den Kulissen steht der Mensch im Mittelpunkt. Die Ärmstal-Klinik Bad Urach. Hohe medizinische Kompetenz für den Landkreis und darüber hinaus. Behandlung. 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 Behandlung.